Hey und willkommen zu einer kleinen Runde PlayerUnknown's Battlegrounds und zwar nicht in der normalen Edition, sondern PlayerUnknown's Battlegrounds fürs Handy. Danke an Tencent für das Buchen dieser einzigartigen Produktplatzierung. Schaut am besten mal in die Videobeschreibung, da ist das Spiel gratis verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und immer bewerten, nicht vergessen. Und raus! Ja, ab zur Schule! Ich hab bisher eine richtige Runde gespielt und ich blende mal eben was ein. Das Ding ist aber, dass das alles Bots waren. Denn am Anfang wird man gar nicht mit richtigen Spielern gemixt. Das sind Bots, damit man etwas ins Spiel reinkommt. Vielleicht auch um Erfolgserlebnisse zu haben. Und dann, wenn man ein bisschen gespielt hat, starten die Runden mit echten Spielern. So, und ich glaube, ich bin dir sehr sicher. Genau, heb einfach alles auf. Nimm das mal bitte mit. Hm, also, ich werde definitiv weniger looten als auf dem PC. Ich glaube, jetzt gerade macht es nämlich eher Sinn, auf Kill zu gehen und sich jetzt nicht unbedingt das fetteste Equip einzustecken. Denn, ja, ich werde die auch so töten. Ich bin ja ein ziemlich krasser Typ. Da hinten ist der Erste. Oh ja, guckt's euch an. Oh nein, mit Kimmonkorn. Ach du Heiliger. Das Ding ist halt... Man muss so hart prediken, wo er hinläuft. Weil ich ja nicht zielen und schießen gleichzeitig kann. Und wird's nicht mit dem Device. Da links ist ein Motorrad oder ein Auto. Ne, ein Auto ist das. Aber wo ist er denn jetzt? Ist das ein Magier? Ach, da ist er doch. Ja, warte. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Aber da oben war direkt noch einer. Den werde ich doch niemals damit treffen. Ne, ne, ne. Okay. Kurz mal looten. Dann nachhoffahren. Was ist da drin? Ja, ne UMP. Einen Helm. Gehen wir hier mal rein. Und fahren eine Runde los. Ab nach oben. Ja. Oh, bitte nirgendwo gegen. Bitte nicht. Oh nein. Oh nein. Hey, Moment mal. Wo ist denn die Border, bitte? Ah ja. Hallo. Ich fahre eine Runde. Hört ihr mich nicht? Oh Gott. Oh, ich hätte zumindest einen Scope mitnehmen sollen. Das war so ein großer Fehler. Vor allem, ich hab doch die AKM. Wie soll ich denn da auf der Range irgendwen treffen? Das geht doch gar nicht. Ach man. Da hinten sind einfach zwei. Könnt ihr mal aufeinander ballern? Das sind einfach Teamer. Warte mal. Ich stell mal eben auf Single Target um. Damit der nicht durchballert. Und da ist auch schon der Erste. Aber wo ist der andere? Ich sehe einfach gar nichts. Komm doch mal her, bitte. Komm einfach mal her. Der andere steht bestimmt gleich in mir. Hallo? Ich mach mal wieder Auto. Ja, okay. Dann gammelt der da wohl in dem Haus drin. Kann ich hier durch? Ah ja. Das gibt's auch. Ich hör wen. Oh, 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 oh. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler, das zu nehmen. Oh. Hallo? Ist der noch draußen? Das klingt nach Gras. Da ist er. Oh nein. Er hat einfach... Hat der gerade die Tür weggeballert? Rest in Peace, Tür. Mir so leid. Für dich. Oh. Ein Visier. Danke. Danke. Das ist so schön. Kurz mal hinlegen. Energy Drink schlucken. Und regenerieren. Ich hätte gerne einen Drop. Das wäre cool. Lol. Das ist ein Zufall. Boah, bitte, bitte, bitte. Komm. Komm. Sei richtig unfair. Und drei, zwei, eins. Äh. Hallo? Oh, ja. Ja. Oh, das ist schön nah. Oh. Oh, 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 oh. Jemand ist bei mir. Ja, ja. Warte, beruhig dich. Er ist tot. Aber wo ist jetzt der Drop? Also gelandet ist er noch nicht. Aber das ist doch gerade nicht, wo genau der jetzt steht. Das nehme ich mal mit. Genauso wie den Griff. Ah, da hinten. Was? So weit weg. Das habe ich nicht kommen sehen. Da hinten ist wer. Hätte ich jetzt nur einen Scope. Dann wäre er tot. Oder wahrscheinlich auch nicht. Weil ich euch einfach nicht treffen kann. Oh. Oh, 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 oh. Äh. Oh Gott. Oh Gott. Und er ist tot. Also man muss schon sagen, man merkt sehr deutlich, dass das, ähm, ja, Bots sind. Ich will auch gar nicht wissen. Also, das ist jetzt ein Placement, was ich, ähm, nicht nur einmal aufnehmen werde. Und vor allem dann auch mal zusammen mit der Palette. Und irgendwann sind das ja dann voraussichtlich alles echte Menschen. Ich glaube, wir werden einfach nur noch sterben. Oh. Oh. Vierfach Scope. Aber leider. Ach. So ein Maschinengewehr. Oh nee. Nehme ich gar nicht erst mit. Oder? Ach doch. Doch, doch, doch. Nehme ich. Ich habe doch, ähm, hier eh die Uzi. Dann kann die weg. Zack. Hier. Ich kann ja mal ballern damit, damit ihr seht, was das ist. Und, ganz wichtig. Vierfach Scope. Schön auf die AKM. Das dahin. Das kannst du wegwerfen. Genauso wie das. Das brauchen wir alles nicht. Neun Millimeter auch nicht. Ne, drop all bitte. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Von hinten. War doch richtig. Ja, da ist er. Dann gehe ich dahin. Das ist nicht wahr. Ähm, äh, warte. Ne, 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 ne. Hör mal auf, bitte. Hallo? Ähm. Kannst du. Alles klar. Geht doch. Ach du Scheiße. Nein, noch einer. Das ist doch nicht wahr. Das Spiel will mich verarschen. Sag mal, der Drop lockt doch alle an, oder? Nein, 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 nein. Ja, danke. Oh Gott. Heidewitzka. Da kommt noch einer. Ich sag's, ich spiel's doch schon wieder in meinem Nacken. Hallo, Leute. Ist hier nur einer? Bestimmt, oder? Irgendwer will er noch zu mir. Aber ich guck erst mal hier rein. Danke. Oh, ein Dreier. Ui. Aber auch nur eine AKM. Hä? Ich will keine AKM. Das ist einfach traurig. Und dann lade ich die da mal eben nach. So. Und ich brauch hier. Oh. Ich denk gar nichts mehr? Nee. Ja, okay. Bandagen, aber... Ob das jetzt so toll ist? Da ist jemand. Du willst mich doch veräppeln. Was? Hä? War der gerade im Inventar oder so? Oh nein, die Border kommt. Oh. Boah, weh. Ich sterbe an der Border. Das wäre ja richtig lächerlich. Ja. Painkiller. Okay, okay. Das ist schön. Das ist schön. Hier, einmal kurz den Painkiller reindrücken. Wo ist denn die Border? Achso, ich bin noch drin. Und ich hab hier Panik. Achso. Hallo? Ich würd so gern schießen. Was hat er denn? Ist da wer? Da hinten ist ein Auto. Da ist auch ein Auto. Hm. Moment mal, wo ist denn jetzt die Border? Ja, alles. Alles klar, Spiel. Oh nein. Nein. Ja, okay. Dann fahr ich mal ne Runde. Schön durch die rote Zone. Das macht Spaß. Ähm. Nein, bitte nicht. Kleiner Funfact. Bei dem PC-Spiel bin ich noch kein einziges Mal daran gestorben. Kein einziges Mal. Und ich hab echt nicht wenige Spielstunden. Oh, da links ist wer. Warte mal. Kann ich den überfahren? Ist halt ein bisschen umständig, grad mit der Steuerung. Warte mal. Ja, müsste vom Timing her passen. Oh nein. Komm. Ja. Ach Gott. Wenn er mich jetzt umbringt, ne? Ey. Hätte der mich jetzt getötet? Oh. Geil. Dann hätte ich aber geweint. Oh, da ist. Da ist jemand. War er da? Ja, genau. Jetzt werde ich noch von wem anders anwarten. Ich geh aber... Natürlich... Nee. Komm, ich geh erst mal auf den, der mich töten will. Ach, da unten. Hallo. Wie geht's dir? Alles, alles tipptopp? Wow. Als Oppi, Oppi in meinem Mundi. Das war einfach ziemlich lässig, würde ich sagen. Kannst mal da reingucken. Oh ja. Lecker, lecker schmecker. Muss ich nur noch kurz hier reinlatschen. Dann leg ich mich hin. Und pack den Suppressor auf meiner AR. Ja. Und die Border ist schon wieder so weit weg. Och, nein. Warum denn? Und mein Auto? Och, Mann. Soll ich da raus? Ja, ich hab ja eh ein Ding ins geschluckt. Geht doch. Drive. Da kommt noch wer angefahren. Ja, alles klar. Da hinten fährt er. Der kleine Mulluck. Dich bekomm ich noch. Ich könnte ja mal da links in den Drop reingucken. Wenn da noch was drin ist, wäre möglich. So dumm wie die sind. Oh, okay. Das war auf mich, oder? War das ein Angriff gegen mein Leben? Oh, da ist wer. Komm. Ich bin... Das ist nicht dein Ernst. Ich hab neun Kills gemacht. Ich bin einfach der beste Spieler der Welt. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist das Spiel gratis verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.